Das bist du, das bist du! Komm her, du Wichser! Komm nicht mit deiner scheiß Pistole! Loser! Loser! Nein! Ja, der fliegt! Willkommen, meine lieben Joong! Gestern in der neuen Folge GTA Online Ich stehe hier ganz allein mit einem Raketenwerfer Aber wir haben einfach ein riesiges Spiel mit 16 Spielern insgesamt Und dabei ist der Bergmann, Hallo! Yo, meine lieben Joonges und meine lieben Bergmänner und Bergmädels! Bitteschön! Ja, ich hab den Panzermierdreck geschnappt Und du? Ich war so on the street hustling, weißt du? Die Frage ist, ist das komplett Deathmatch? Team Deathmatch oder alle gegeneinander? Das ist eigentlich Team Deathmatch, es sei denn, es wurde anders eingestellt Ich glaube aber, das ist... Nee, das ist komplett Deathmatch! Echt? Das heißt jeder gegen jeden? Ohne Spaß? Ja, das sieht aber korrekt aus! Oh mein Gott, das stimmt! Ja, wie soll das denn bitte funktionieren? Ja, rauf! Schießen und los geht! Oh mein Gott! Ja, ich versuche mir grad ein Jet zu holen und irgendwie erstmal ein bisschen was, irgendwas zu reißen Okay! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jetzt schieße ich hier ein anderes Flugzeug ab! Wow! Das ist ein Panzer! Bist du nicht Kopp da? Oder? Ne, ist es okay. Nein, 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 nein! Hier hat mich direkt durch eine Rakete geschossen. Aber jetzt hebe ich ab, jetzt hebe ich ab. Oh mein Gott, bloß weg hier. Oh, shit! In der Luft, ich brenne jetzt schon. Schieß mich nicht ab! Nein, wieso soll ich nicht abschießen? Wir sind doch Brüder im Geist, oder nicht? Jojo geht. Jojo geht. Jetzt, ich schieße jetzt alle an den anderen Spachen. Oh, wer ist er denn? Bäm, bäm, bäm! Oh, warst du das? Habe ich dich überfahren? Nein, dann war es das nicht. Und ich bin gerade knapp an einem anderen... Oh, Flugzeug, wobei ich geschossen bin! Oh mein Gott, mein Flugzeug ist einfach abgestürzt. Ich will auch mit dem Flugzeug fliegen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, hast du überhaupt schon einen gekillt? Nein. Keinen einzigen? Nein, noch nicht. Was ist bei dir denn los? Ah, und jetzt kill ich, aber jetzt, jetzt, jetzt! Jawohl! Fuck, fuck, fuck! Warst du das? Nee. Ich habe Rodrigo und der Grin hier ausradiert. Nein, nicht Rodrigo, Mann! Bist du da? Oh! Was? Oh! Bist du da? Weiß ich nicht, nein, ich glaube es nicht. Ich glaube, ich habe dich noch nicht gesehen. Ich habe mir jetzt Rüstung geholt. Doppelten Schaden auf einen Bergmann ausgesetzt. Oh mein Gott, da ist einer! Das bist du! Nein, das ist Trashrooms! Das ist auch nicht du! Ich habe dich wohl getroffen, oder nicht? Wie kann das denn sein? Ich gehe jetzt völlig ausraste. Oh mein Gott! Ich bin der stärkste Spieler! Ich bin der stärkste Spieler! Was? Mit 8 Kills! Wie machst du das denn? Ja. Hast du den Panzer geholt, oder was? Nein! Mit meinen bloßen Fäusten mache ich das, Alter! Ah! Ah! Nein! Kann ich ein bisschen mit Fäusten? Ja klar! Ich schlage die ganzen Leute einfach nur die ganze Zeit K.O. Oh! Sorry Bro! Ich kann es mir echt vorstellen bei dir! Ja! So! Zabam! Boah! Oh, jetzt versucht mich aber hier einer gerade! Scheiße! Ich habe aber schon krasses Skills, muss ich sagen! Also das, was mir bei Minecraft komplett fehlt! Jawoll! Da habe ich noch einen! Jaaaaaa! Kommt her ihr Spieler! Hier ist einer gespawnt! Fuck it! Ich will dich gerne mal töten! Nein! Das geht gar nicht! Wie, das geht gar nicht! Mich werden wir nicht töten! Es ist ausgestellt! Die nur eine Option! Ich weiß es auch nicht! Oh! Da kommt einer! Ja! Ja! Oh! Das war knapp! Bist du im Flugzeug? Nee! Nee, dann lasch das nicht! Nee, nee! Ich möchte mal, dass hier irgendwelche Leute spawnen, die ich killen kann! Ich renne immer nur so weit, weißt du! Ich bin gestorben, ey! Jetzt bin ich gestorben! Aber ich muss der Beste werden! Das geht nicht anders! Ich will der allerbeste sein, wie keiner vor mir war! Ja! Ja, kann es sein, dass irgendwie alle Fahrzeuge jetzt schon kaputt sind irgendwie und die Leute, die noch ein Fahrzeug haben, sehen das mega krass im Vorteil! Ja! Ja! Krass! Das ist echt ein bisschen dämlich gerade! Aber ich hasse mich hier durch! Ja, das ist auch so eine Nutzer generierte, äh, äh, Map, äh, nicht, äh, Challenge sozusagen hier! Das heißt, die hat nicht Rockstar gemacht! Deswegen ist die halt auch so ein bisschen, oh, 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 oh! Jawohl! Deswegen ist die auch ein bisschen unbalanced und so weiter, aber man merkt schon, es geht ja nicht nur darum, möglichst viel rumzuschießen und so weiter und so fort! Das ist eigentlich der Grundsinn hier einfach! Ich will dich mal, lass uns mal treffen, mein Junge! Ja, ich bin ja, ich bin da, wo die Flucht, bin beim Hangar! Vom Hangar? Mhm! Okay! Ja, das ist schön, man! Oh! Und, 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 und! Ich muss nachladen! Da komm schon! Da bist du, da bist du, da bist du! Hey! Geh, einfach mal links! Bist du tot? Nein! Warum denn? Ah, herrlich! Ich bin aber nicht so schlecht! Ich kann noch, ich kann noch was reißen, so, ein dritter Platz vielleicht, oder so! Ah, der Zug ist abgefahren! Ah! Wenn du mal guckst! Der dritte Platz hat nur sieben, ich hab fünf! Alles noch drin, mein Lieber! Mann, nix! Das ist echt, das macht richtig Spaß, die Karte, find ich! Oh! Was ein bisschen blöd ist, dass man sobald man spawnt, Ja! Echt schon wieder fast direkt im Arsch ist eigentlich! Eben! Das ist wirklich blöd! Wuiiii! Wo ist, wo ist denn der, wo sind denn die Sparsten hier? Ohaah! Dahin, dahin! Äh! Komm schon! Komm! Jetzt komm schon! Oh mein Gott! Der ist in Decke, unge dich nicht, das ist doch zum Kotzen! Na, jetzt aber! Du wirst sterben! Jawohl! Mann! Mann! Jetzt komm schon! Ich muss irgendwo verstecken! Na doch nach, Bro! Habe ich ihn auch noch gekriegt? Ja! Habe ich ihn auch noch gekriegt? Oh Mann! Jetzt komm schon! Oh Mann! Mann! Was machst du denn? Womit schießt du und so? Erzähl mal was! Ja mit ner Pistol eigentlich nur! Mit ner Pistol die ganze Zeit, ja? Ja ja! Okay! Ich find das schön mit ner Pistol! Also ich find das mega dämlich, dass die Wagen nicht neu spawnen! Jawohl! Ich den weggesnipert hab! Das war richtig gut! Wieso hast du denn noch trotzdem so viele Waffen? Warte! Weil ich die einsammel! Jawohl! Noch einen weggesnipert! Okay! Den hat der Sniper King! Ich sag's dir! Halleluja! Halleluja! What? Mann! Ja der Sniper King! Ja! Du bist ein Camper bist du! Du bist verhasst normalerweise! Das kannst du ja nicht machen! Du musst Offensiv spielen mein Freund! Ein sogenannter Brammen! So! Das bist du! Das bist du! Nein! Nein! Das bin ich nicht! Das bist du! Komm her du Wichser! Komm nicht mit deiner scheiß Pistole! Du Wichser! Du Wichser! Du Wichser! Nein! Ja! Der fliegt! Da hab ich dich gekillt! So im Eins gegen Eins hast du gesehen ne? Da hat sich gezeigt wer der Barber ist! Naja! Uah! Da ist einer! Und! Mann! Los jetzt aber! Jawohl! So da hinten! Da hinten! Ah! Oh Gott! Ah! Ja! Kill Serie! Kill Serie! Wir haben Lauf! Wir haben Lauf! Und! Komm schon! Bitte lass ihn treffen! Jawohl getroffen! Und der hier auch! Und! Ey! Hab ich den gekriegt? Jetzt aber! Oh! Oh! Komm schon! Ja! Ich hab grad richtig Skill Serie! Richtige Skill Serie! Oh mein Gott! Da hinten kommt irgendwo einer! Aber ich weiß nicht genau von wo! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Da muss man ein bisschen ausweichen! Da muss man ein bisschen zur Seite gehen! Da ist einer! Oh! Ui! Ist aber knapp! Jawohl! Oh Mann! Es lief gerade so gut bei mir! Ich hab dich fast eingeholt! 14 habe ich! 14! Ne! Wart mal ab! Ha! Lang geht das nicht mehr! Mann! Ich bin dritter! Wie ich es gesagt hatte! Aber nur ganz knapp! Scheiße! Mann! Hinten! 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 Scheiße! Oh Gott! Kommt noch 5 Kills! Das krieg ich hin! Das krieg ich hin! Ich mach das! Ich mach das! Vertraut mir! Oh mein Gott! Es müssen welche spawnen direkt bei mir! Sonst kann ich hier nicht killen! Oh! Na! Einsammeln! 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 Los! Kannst du nicht hochgehen! Mann! Wow! Scheiße! Ich hätte gerade einen Lauf! Es geht nur noch 1 Minute 40 oder jemand 25 Kills glaube ich! Oh Gott! Da ist einer! Da ist einer! Warte! Warte! So! Nein! Jetzt kommt er! Hier ist wieder ein Jack gespawnt! Oh Gott! Oh! Scheiße! Komm schon! Komm noch! Komm noch! Komm noch hoch! Oh Mann! Er kommt nicht hoch! Scheiße! Mann! Verdammt! Maschinengewehre! Das ist richtig lame so! Oh! Scheiße! Ich hatte eine Serie! Ich hatte eine Serie! Ich hatte eine Serie! Das gebe ich alles! Das gebe ich wieder auf! Oh Gott! Mann! Klappeste! Shit hier! Oh mein Gott! Oh nein! Oh nein! Jetzt muss ich jetzt noch nicht aufpassen! Jetzt muss ich aufpassen! Jaja! Bergmann! Noch bist du aber erster immerhin! Ja noch! Ja noch! Ich bin wieder ziemlich abgesackt! Ich bin nur noch siebter! Das ist traurig! Hey wo ist denn der? Angeblich stehe ich direkt bei! Wie ist denn jemand? Ah das ist er! Komm schon! Ah! Jawohl! Einen habe ich noch! Oh! Immerhin! Was los? Okay trotzdem! Aber siebter ist besser als die Hälfte! Ich bin in der besseren Hälfte! Ey krass! 16.000 habe ich gekriegt dadurch! Ich habe 2900 bekommen! Krass! Und das coole ist wenn jetzt diese Lobby hier bleibt! Ah ja ja ja! Wenn wir jetzt in dieser Lobby jetzt hier bleiben irgendwie! Dann spielen wir jetzt immer mit 16 Leuten! Das wäre über krass! Das wäre echt cool! Also das hat echt Spaß gemacht! Ich muss ehrlich sagen dass mir diese verifizierten Rockstar Maps da von den Spielern eingereicht! Richtig gut gefallen! Mir eigentlich auch! Man hat schon gemerkt das war wenig durchdacht und ziemlich viel Chaos! Aber manchmal braucht man noch dieses Chaos! Oh nein! Ich war hinter Rodrigo und Negrini! Jaaa! Das nächste Ding geht los! Das Team das Match wie das sonst ist weiß ich nicht! Aber ich bin da mein Team und wir sind da ein anderes Team Herr Bergmann ne? Ja gewollt ey! Ich werde dich jetzt sowas von auseinander nehmen! Zerstören! Oh bitte! Warum musst du denn immer so böse sein? Mann! Ja heute habe ich echt mal Bock drauf dich red ich mal was die Leviten zu lesen! Du bist irgendwie so ein... Ja? Ja! So ein Kaspar-Sträuch ey! Oh! Oh! Das kann ich nicht nachvollziehen! Ich hier mit meinen billigen Waffen schaff's trotzdem! Manchmal macht der Barber! So! Der Barber! Oh! Der Barber vom Kosmos! Was? Was kämpft der denn hier? Hm... 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 also... Túmpelts so vor sich din? Borbarbarbarbarbarbarbarbarbar! Bron, wo schießen die Ofen? Der Barber! Was machst du hier? Haaa... Was machen diese Menschen hier frage ich mich bloß immer? Owioioi... worst du das? MAM!!! Ich hab oben aufm Dach gecamt! Alter was geht mit dir ab! Ich ab nicht gecamt! Ich bin rumgelaufen! forgiveist ein Camper Mann! Das ist unglaublich!? War Conor Strike gespielt? Warst du da auch immer Camper oder bist du direkt gekickt worden? Unglaublich, ey. Was für Optionen, weißt du, Mann. Junge! Was? Nein, nicht du. Junge. Ich hab jetzt ein Gelände, ich hab jetzt ein, ich fahr euch einfach alle um. Ich fahr euch einfach alle um! Und zuerst den, oh nein, ich bin vorbeigefahren! Verdammte Mist. So, fahr ich euch halt alle andersrum, alle um hier. Ah, komm. Wie läuft's denn? Aber guck mal, Gleichstand, 11-11. Das wird ja spannend, Dehner. Bei mir läuft er auf jeden Fall. Läuft bei dir. Ja. Scheiße, ich find noch niemanden. Da ist einer. Da sind zwei. Oh, das sind... Nein! Nein, wehe, wenn ich jetzt gekillt werde. Oh mein Gott, das war so dumm von mir. Schon wieder von Rodrigo Negrini, sag ich hier. Rodrigo Negrini. Das darf man auch. Das ist echt ein Süßer, ey. Ja, da hast du natürlich persönliche Erfahrungen gemacht. Ja. Da kannst du natürlich sowas sagen. Ey, warum treffe ich den da hinten nicht? Das versteh ich nicht. So, kommt alle. Das ist einer von mir auch, ich bin so blöd. Sorry, Bro. Hallo. Ja, ich find das echt irgendwie alles ein bisschen komisch. Also man... Es ist halt einfach Deathmatch, ne? Ja. Nee, Team Deathmatch, ne? Ja, ja, ja. Also einfach Team Deathmatch. Da bist du! Hallo, meine... Was hast du gesagt, ne? Ja. 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 Rodrigo Negrini! Oh Mann, warum hast du dich gekämpft, ey? Du hast du in diesem scheiß Bus gecampt, ey. Nein. Ich war... Äh, äh. Ich war noch nicht im Bus. Und Rodrigo Negrini, der war an der Seite vom Bus und hat mich halt da gecampt. Okay. Der hat wirklich gecampt. Muss ich aber gestehen, campe ich grad auch ein bisschen, ey. Jaaa. So kennen wir dich. Nein! Warum machst du das? Was machst du grade? Ich bin einfach nur tot. Wie immer? Wie immer tot jetzt? Jaaa. Es ist so traurig. Mann. Mann, Mann, Mann! Ach, komm, ey. Ich hätte... Also Smiper mit dem Controller ist echt richtig behindert, man. Nein, du wolltest nicht. Kannst, mein Lieber. Ach, komm. Kannst du mir eine Nachhilfestunde geben. Mhm. Mhm. Aber kostet natürlich. Ich weiß nicht, ob du was sagst. Ist schon vorbei, was? Wir haben gewonnen. Was ist los? Boah. Krass. Das war echt mega kacke im Vergleich zu der Mission davor. Ja, das war echt. Stümpelte so vor sich hin, ne? Hm. Also das wird nicht zertifiziert vom Bergmann-Walk, muss ich ganz ehrlich sagen. Da würde ich auch sagen, das ist nicht so gut. Ihr habt gewonnen. Da gisten wir euch ins Gesicht, ey. Haha. Oh Mann, da haben wir euch ja gerade schon bedient, Diener, du. Uh. Also so gut fand ich die Mission nicht. Ich gebe einen Daumen runter. Daumen hoch ist trotzdem. Ich meine, war ja nett gemeint. Das ist auch nur offiziell Rockstar-Map gewesen, ne? Nee, nee. Ich glaube, die war von Rockstar verifiziert. Okay. Was sagt denn die Zeit? Die Zeit sagt, wir schaffen das nächste erst in der nächsten Folge. Oh nein. Nein. Was oh nein? Nee, ich wollte gerade den dramatischen Schrei machen. Achso. Hä, was ist denn jetzt passiert? Weiß ich nicht. Aktualisieren? Achso. Egal. Okay, was kann man denn hier wählen? Ich will schnell was wählen für die nächste Folge. Wie wärs denn mit von Rockstar verifiziert Knastbruderkampf? Das klingt geil. Das machen wir. Ja, davon habe ich gehört. Das habt ihr schon in die Kommentare geschrieben, dass wir das machen sollen. Knastbruderkampf. Das ist in der Staffan-Schalt-Revolte. Bam. Das ist schon ein Rockstar-verifiziertes Ding. Das machen wir in der nächsten Folge. Danke. Also schaltet... Es bleibt spannend. Darauf wieder einladen. Auch Herr Bergmann und ich hoch. Also links zu Herrn Bergmann ist unten in der Beschreibung. Schaut auf jeden Fall vorbei. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat's dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Tschüss.